Gut, dann herzlich willkommen zum abschließenden Vortrag in dieser Session. Die Lisa Eichler wird einen Vortrag halten. Ich sehe was, was du nicht siehst. Bitte schön. Genau, also wir starten jetzt mit Usability weiter. Und zwar mit dem Vortrag Ich sehe was, was du nicht siehst. Und zwar die Bewertung der Usability freier WebGIS am Beispiel einer Eye-Tracking-Studie für den ER-Monitor. Und für den Anfang habe ich zwei Filme mitgebracht. Und beide Filme zeigen Eye-Tracking-Aufzeichnungen zweier Probanden, die ich im Rahmen meiner Masterarbeit zur Usability-Studie des ER-Monitors angefertigt habe. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Film. Genau. Und wie man hier, also die Aufgabe für den Probanden war, sozusagen ein PDF zu erstellen, in dem Sachsen zentriert als Kartenausschnitt zu sehen ist. Und das soll er dann anschließend exportieren. Hier sehen wir lauter kleine rote Punkte. Das sind die Fixationen des Probanden. Das heißt, in dem Moment fokussiert das Auge einen bestimmten Punkt, um Informationen zu sammeln. Und diese roten Sprünge, die man jetzt hier immer wieder sieht, das sind die Sarkaden. Das sind sozusagen die Blicksprünge. In diesem Moment bewegt sich das Auge von einer Fixation zur nächsten Fixation und nimmt da aber auch keine Informationen auf. Und wie wir sehen, der Proband hat den PDF-Button schon gefunden gehabt. Und jetzt möchte er eigentlich hier Sachsen zentriert darstellen. Und wir sehen halt, er sucht jetzt hier planlos ein bisschen umher und findet nicht so richtig die Möglichkeit, Sachsen hier zentriert darzustellen. Also guckt nochmal sich das Menü an, guckt nochmal hier bei PDF nach und sucht jetzt systematisch die Oberfläche ab. Schaut nochmal hier oben nach und im Endeffekt jetzt am Ende findet er die Einstellungsmöglichkeit nicht. Er geht dann sozusagen hier auf Exportieren jetzt gleich und hat diesen Kartenausschnitt eben nicht richtig exportiert oder nicht den gewünschten Kartenausschnitt hergestellt. Kommen wir zu dem nächsten Video und das ist nochmal ein anderer Proband. Auch er hat dieselbe Aufgabe. Er findet das Menü Export relativ fix, klickt da rein, klickt dann jetzt auch auf PDF und erkennt jetzt, dass er hier in der PDF-Vorschau mittels Drag & Drop sozusagen den Kartenausschnitt zentrieren kann. Er kann mit Scrollen, Zoomen und er macht sich jetzt sozusagen Sachsen hier rein, legt er sich so rein, schaut sich nochmal an, ob das richtig gut passt. Genau, guckt sich dann noch die weiteren Elemente in der Vorschau an. Genau, es gefällt ihm, passt ihm ganz gut und er geht auf Exportieren und hat die Aufgabe eigentlich perfekt erfüllt. Und jetzt gibt es zwei Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Probanden. Der eine ist, sie haben die beide dieselbe Aufgabenstellung gehabt und die zweite ist im anschließenden Fragebogen, wo gefragt wurde, wie zufrieden sie mit der Handhabung, die CR-Monitors waren. Bei dieser Aufgabe haben beide angegeben, dass sie zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden waren. Das wiederum stellt jetzt natürlich uns die Frage, reicht es denn eigentlich aus, mittels Fragebögen den subjektiven Eindruck des Probandens zu erfassen oder bedarf es nicht auch irgendwo einer objektiven Komponente, um beispielsweise komplizierte und fehlerhafte Interaktionsfolgen zu erkennen. Und daher sollte man auf die Kombination aus Eye-Tracking und Fragebögen zurückgreifen, denn da bieten sich diese zwei Komponenten, die subjektive Komponente und die objektive Komponente an, sozusagen zu vermengen, um halt Usability-Probleme in einem ausreichenden Maß festzustellen. Ich habe den Vorteil beim Eye-Tracking, dass ich die Effizienz und die Effektivität messen kann. Ich habe quasi Messgrößen in der Hand, ich kann quantitativ Usability bestimmen und ich habe beim Fragebogen letztendlich die Möglichkeit, die Zufriedenheit eben auch eine wichtige Komponente von Usability zu erfassen. Und letztendlich bietet ja auch ein Fragebogen natürlich die Möglichkeit, Vorschläge, Anmerkungen des Probandens letztendlich auch zu bekommen. Und deswegen empfiehlt sich eigentlich die Kombination aus objektiven und subjektiven Messverfahren sozusagen, damit man halt Usability von einer Anwendung ganz umfänglich sozusagen feststellen kann. Ich würde jetzt noch mal kurz auf das Eye-Tracking eingehen, da das ja in einem vorherigen Vortrag relativ kurz nur vorgestellt wurde. Also wir haben jetzt schon einige Eye-Tracking-Filmchen gesehen. Also sozusagen, wir haben als Blickbewegung eigentlich die Fixation, die Sarkade, sozusagen der Blicksprung. Und Fixationen und Sarkaden bilden zusammen den Scan-Pfad. Und sowohl die Fixation als auch die Sarkade als auch das Scan-Pfad sind die Grundlagen für die Blickbewegungsmetriken. Und die dienen wiederum dazu, dass man Usability-Aussagen ableiten kann. Wie man das macht, man kann zum Beispiel hier sich so ein Area of Interest auf einem Bereich ziehen, den man interessant findet, den man genauer betrachten möchte. Und jetzt zählt man beispielsweise alle Fixationen, die von dem Probanden sozusagen in diesem Bereich aufgenommen wurden. Oder man schaut sich an, wie lange hat es gebraucht, bis der Proband das erste Mal sozusagen in diesem Bereich geschaut hat. Und das wiederum, darüber kann man dann letztendlich feststellen, feststellen, ist dieser Bereich besonders gut wahrgenommen worden oder hat es sehr lange gebraucht, bis der Proband da hinschaut und wie wichtig ist dieser Bereich eigentlich. Genau. Und das Eye-Tracking habe ich sozusagen in meiner Studie verwendet zum ÖR-Monitor. Also der ÖR-Monitor, mein Untersuchungsgegenstand, ist eigentlich eine WebGIS-Anwendung, die vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung zur Verfügung gestellt wird, seit 2010. Und er bietet sozusagen Informationen zur Siedlungs- und Flächenentwicklung in Deutschland an. Und seit 2017, also 2017, kam dann nochmal so eine Generalüberholung. Und die neue Version ist 2018 jetzt online gewesen. Und jetzt mal hier ein paar Screenshots von der Version, wie sie mir damals im Herbst 2018 zur Verfügung gestanden hat. Und hier haben wir so die Startseite. Also hier findet sich ein Suchfeld. Hier sind die ganzen Menüs angeordnet. Indikatorauswahl, räumliche Gliederung kann man einstellen. Dann Kartengestaltung, Werkzeuge, Export. Hier auf der rechten Seite sind verschiedene Buttons zum Rein- und Rauszoomen oder halt auch zum Wechsel in die Tabellenansicht. Hier unten L für Legende. Genau. Man kann in dem ER-Monitor sozusagen zwischen von der Gebietsansicht in die Rasteransicht wechseln. Dann erscheinen hier noch weitere Buttons zum Karte-Kletten, also um die Rasterwerte zu kletten oder um einen Zeitvergleich durchzuführen. Und natürlich ist auch die Tabellenansicht möglich. Genau das nochmal so einen kurzen Überblick, wie der ER-Monitor so ungefähr ausschaut. Und meine Probanden haben sich sozusagen aus den Hauptgruppen des Zielgruppen des ER-Monitors sozusagen generiert, bis auf die breite Öffentlichkeit. Die habe ich ein bisschen außen vor gelassen bei meinem Test. Und ich habe mich mehr beschränkt auf diese Probandengruppen. Insgesamt haben 28 Probanden teilgenommen. Die habe ich in zwei Gruppen unterteilt. Einmal in die GIS-Experten und einmal in die Fachanwender. Diese beiden Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich, wie sie im GIS erlernt haben, beispielsweise durch mehrere Semester im Studium, durch langjährige Berufserfahrung oder dass sie halt nichts von dem erlernt haben. Wie häufig auch GIS und Karten sozusagen Bestandteil ihrer Arbeit ist. Wie viele Kartenanwendungen sie letztlich auch kennen. Und wichtig war auch, wie häufig sie sie nutzen und was sie für Aufgaben lösen. Ob sie nur einfach Daten präsentieren oder eben auch tiefergreifende Datenanalysen durchführen. Und insgesamt kann man sagen, dass die GIS-Experten erfahrener im Umgang mit GIS- und Kartenanwendung waren und diese auch häufiger nutzten. Genau. Und die Probanden wurden eingeladen, an die TU Dresden zu kommen, in ein Usability-Labor Platz zu nehmen, hier auf diesem Stuhl. Das ist sozusagen der Monitor gewesen. Hier ist der Eye-Tracker befestigt. Also recht unscheinbar ein schwarzer Balken. Genau. Und hier habe ich gesessen, habe hier meinen Kontrollbildschirm gehabt, habe die Blickbewegung der Probanden nachvollziehen können, um gegebenenfalls auch mal Hilfestellung zu geben. Ich habe insgesamt drei Aufgaben konzipiert, die untergliedert waren in mehrere Teilaufgaben, die die wichtigsten Funktionen des Monitors abgefragt haben. Und sozusagen nach jeder Teilaufgabe gab es diesen berühmten Zwischenfragebogen, wo der Proband gefragt wurde, ob er mit der Handhabung des Monitors in dieser Aufgabe zufrieden war. Ganz am Ende habe ich den System-Usability-Scale, also den SUS-Fragebogen, standardisierter Usability-Fragebogen, eingesetzt, um noch mal so eine Aussage zur Gesamt-Usability der Anwendung zu erhalten. Und am Ende gab es noch den Abschluss-Fragebogen, wo man auch noch mal Kritik als Proband äußern konnte am Monitor. Genau. Und so viel zu meiner Studie. Ein kurzer Überblick. Kommen wir da auch zu den Ergebnissen. Und ich kann natürlich jetzt im Rahmen der Zeit nicht alle Ergebnisse vorstellen, möchte jetzt aber nur auf ein paar wichtige eingehen. Und zwar möchte ich anfangen wieder mit einem kleinen Video. Und genau, die Aufgabe war es hier ganz am Anfang, den Indikator-Bodenversiegelungsgrad auszuwählen und in der Karte einzustellen. Hier oben sieht man relativ kontrastarm ein Suchfeld, in dem man eben auch Indikatoren suchen kann. Das ist halt so kontrastarm gestaltet, dass der Proband das nicht wahrgenommen hat und den Indikator quasi über das Menü Indikatorauswahl ausgesuchen wollte. Da sehen wir das nächste Problem. Hier öffnet sich erst mal ein riesengroßes Fenster mit ganz vielen Kategorien, in denen die verschiedenen Indikatoren eingesortiert sind. Und wir suchen den Indikator-Bodenversiegelungsgrad. Der befindet sich hier in der Kategorie Siedlung. Und wir sehen, der Proband hat jetzt nicht so die Ahnung, in welcher Kategorie er jetzt eigentlich suchen muss. Er sucht jetzt hier systematisch alle Kategorien durch. War hier unten angekommen, fängt wieder von vorne an, liest nochmal ganz genau, wie die einzelnen Indikatoren sozusagen heißen. Und genau, verplempert quasi wirklich Zeit. Also jetzt ist er hier durch, geht jetzt in die richtige Kategorie Siedlung, liest sich wirklich jeden einzelnen Indikator durch, sieht, dass er scrollen kann. Und dann hat er endlich den Bodenversiegelungsgrad gefunden. So, kommen wir zu einem zweiten Video. Und zwar geht es hier um diesen Zeitschieberegler. Und zwar ist 2017 eingestellt in der Karte als Zeit und gewünscht ist, dass 2016 eingestellt werden soll. Und man sieht hier den Zeitschieberegler, wo man das machen könnte. Aber der steht hier sehr isoliert einzeln hier unten. Und man sieht, Proband guckt erstmal links die Menüs durch. Kartengestaltung ist schon mal so eine schöne Idee. So Zeit einstellen und so weiter. Genau. Dann geht er nochmal bei einem Indikator rein. Guckt dann hier weiter. Sogar an den Werkzeugen ist er drin. Also es ist zwar schön, dass er jetzt die ganze Oberfläche kennenlernt, aber die Möglichkeit, die Zeit einzustellen, hat er bisher noch nicht gefunden. Ist jetzt sogar in der Legende drin. Findet hier Datenalter, aber Datenalter ist ja auch nicht das, was er möchte. Genau. Jetzt geht er jetzt hier rüber. Geht hier alles durch. Genau. Und letztendlich kann man sagen, er findet es am Ende nicht. Also er hat jetzt nicht einmal hier unten in diesen Bereich geschaut. So, gehen wir mal weiter. Hier habe ich eine Heatweb mitgebracht. Und zwar geht es um diesen Button, Hintergrundkarte. Und dieser Button ist hier versteckt, auf der rechten Seite. Und man sieht hier roter großer Fleck. Die Aufgabe war, die Hintergrundkarte einzustellen oder umzustellen. Und die meisten Probanden haben in der Kartengestaltung gesucht. Und wenige haben hier geschaut. Und letztendlich konnte auch diese Aufgabe nicht von allen Probanden erledigt werden. Und jetzt haben wir noch ein paar Eindrücke bekommen aus meiner Eye-Tracking-Studie. Komme ich jetzt so ein bisschen zu den Empfehlungen und der Umsetzung. Genau. Wir hatten ja das Suchfeld, was ja nicht wahrgenommen wurde. Das ist jetzt wesentlich kräftiger gestaltet worden. Wichtig ist natürlich auch, dass man ins Suchfeld reinschreibt, was gesucht werden kann. Einmal Indikatoren, einmal Orte. Genau. Wir haben jetzt hier das Suchfeld gehabt. Und auch in der Tabelle war es sehr kontrastarm. Auch hier ist es sozusagen nachbearbeitet worden, dass es jetzt kräftiger ist, dass uns das Auge fällt. Auch wenn man hier reinschaut, im Menü Indikator-Auswahl. Ein bisschen umstrukturiert wurde es. Ein bisschen mit kleinen Icons, kleinen Bildchen sozusagen versucht, dass man halt die Kategorien halt auch versteht. Und genau, das ist der eine Punkt. Wir hatten den Zeitschieberegler jetzt hier unten gehabt. Nun, jetzt ist er hier oben gruppiert in den Menüs auf der linken Seite im Menü Indikator-Auswahl. Das heißt, wenn man hat den Indikator eingestellt, danach stellt man ja eigentlich normalerweise die gewünschte Zeit ein. Deswegen passt es jetzt von der Interaktionsfolge auch ganz gut rein. Dann haben wir die Hintergrund-Button hier gehabt. Dort wurde er ja nicht gesehen. Jetzt ist er mit in der Kartengestaltung. Dort, wo auch die Probanden geschaut haben, um die Hintergrundkarte einzustellen. Genau, das sind halt so Sachen, die man so ganz gut über das Eye-Tricken sieht. Wo guckt der Nutzer hin? Wo erwartet er denn sozusagen die Möglichkeit, etwas einzustellen? Genau, und dann möchte ich noch so zu ein paar weiteren Empfehlungen kommen, die wir so im Laufe der Studie herausgefunden haben. Zum einen ist natürlich bei den Farbschemas auch die Barrierefreiheit zu beachten. Wir haben Menschen mit rot- und grün-Schwäche, die können halt rote Farbtöne, grüne Farbtöne nicht so wahrnehmen. Und wenn man nur wenige Farben zur Verfügung stellt, beschränkt sich das für diese Person halt wirklich nur noch wahrscheinlich auf blau oder so. Und deswegen das Einfachste ist, wenn man dem Nutzer die Möglichkeit gibt, selbst seine Farbe auszuwählen über sozusagen ein Menü, dass er sich sein Farbschema selbst zusammenbasteln kann, was er gerne möchte. Dann wichtig ist natürlich, wenn man mit großen Tabellen arbeitet oder Datentabellen anbietet, dass man eine Sortierfunktion letztendlich auch zur Verfügung stellt. Also am besten so, wie man das aus Tabellenkalkulationsprogrammen kennt, mit so kleinen Pfeilchen beispielsweise. Das wurde eigentlich sehr schnell erkannt und gut angenommen, dass es so möglich ist. Dann Buttons. Das war eigentlich ganz witzig. Wir hatten eigentlich L für Legende gehabt. L wurde von den meisten Probanden mit Fahrschule im Ausland assoziiert. Und der Punkt Legende war eigentlich da weniger verstanden worden. Es führte dazu, dass man die Legende dann eben auch gesucht hat. Und einfach Legende ausschreiben, das hilft ungemein. Und wichtig, was mir noch sehr am Herzen lag, waren die Mouse-Over-Effekte. Also man sollte sehr sorgfältig bei den Mouse-Over-Effekten quasi oder Sorgfalt walten lassen. Man sollte es genau präzise formulieren. Und zwar hatten wir hier erst stehen, vergleichen Sie zwei Indikatoren miteinander. Es gibt aber auch in der Vergleichskarte die Möglichkeit, zwei Zeitabschnitte zu vergleichen. Und wenn man nur zwei Indikatoren schreibt, wissen die Personen nicht, dass man auch Zeitabschnitte vergleichen kann. Und damit letztendlich wurde diese Funktion auch nicht als solche dann wahrgenommen. Und wenn man das einfach ausformuliert, genau das, was die Funktion bringt, in Mouse-Over sozusagen setzt, dann hilft das ungemein. Genau, das waren jetzt so ein paar Ergebnisse aus meiner Studie. Ich würde gerne noch auf das Usability-Portal der TU Dresden aufmerksam machen. Und zwar gibt es hier schon eine Sammlung von Usability-Problemen und deren Lösung. Sie sind alle herzlich eingeladen, da mitzuwirken, selber Vorschläge zu bringen, getestete Vorschläge auch zu bringen vielleicht. Und auch gerne die Vorschläge, die hier gebracht werden, anzunehmen und auch selber zu testen und gerne auch ein Feedback zu geben. Also da sind Sie gerne herzlich eingeladen, mitzuwirken. Genau, und damit bin ich eigentlich auch schon durch mit meinem Vortrag. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit und damit geht doch sicherlich die Diskussionsrunde los. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich denke, es gibt Fragen. Wer fängt an? Sie haben, ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag, war sehr interessant. Sie haben Farbendendheit erwähnt. Haben Sie tatsächlich Erfahrungen in Ihrem Studium, in Ihrem Studium da mitgemacht, also mit farblinden, farblinden Probanden oder farbschwachen Probanden? Also ich hatte einen dabei, der eine Rot-Grün-Schwäche hatte, der mich auch darauf aufmerksam gemacht hatte, dass er jetzt gar nicht so, es gab dann so Farbtöne, so pink und rot und so weiter. Und dann meinte er so, ich kann jetzt auch gar nicht die beiden Farben auseinanderhalten. Ich wäre jetzt hier einfach blau. Also das ist wirklich, wurde mir auch dann sozusagen angetragen, dass es doch hier, also man hat das ja manchmal auch nicht auf dem Schirm, wenn man halt selber nicht betroffen ist, dass das eben auch Probleme bereiten kann. Es gab ja irgendwie zwei Hauptgruppen, die GIS-Experten und die Nicht-GIS-Experten oder Leiden. Gab es da signifikante Unterschiede? Das war eigentlich relativ spannend, dass es gar nicht so signifikante Unterschiede gab. Das Einzige, wo sich die beiden Probandengruppen unterschieden haben, war in Bezug auf diesen Button Hintergrundkarte. Den haben die GIS-Experten relativ fix gefunden, während die weniger erfahrenen GIS-Nutzer eigentlich das nicht gefunden haben. Ansonsten haben beide Gruppen eigentlich die ähnlichen Probleme gehabt. Also durch beide Gruppen letztendlich konnten die meisten Usability-Probleme eigentlich aufgedeckt werden. Also es hat mich selber ein bisschen überrascht, dass eben gar nicht so massive Unterschiede zwischen den beiden Gruppen letztendlich festzustellen waren. Ja, eine Frage habe ich auch. Haben Sie die Verbesserungsvorschläge, die Sie gemacht haben, auch nochmal überprüfen lassen? Kam es da zu signifikanten Verbesserungen, vielleicht auch unter Einsatz der gleichen Probanden? Also wir haben das jetzt noch nicht geschafft, die zu testen. Also das wird jetzt per AP alles umgesetzt gehabt. Ja, und also meine Studie lief im Herbst. Meine Auswertung war dann quasi im Dezember fertig. Und jetzt sind wir dabei, erstmal alles umzusetzen aus meiner Studie. Und eigentlich perspektivisch war es schön, sozusagen nochmal einen Nachtest zu machen und zu schauen, ob das wirklich was gebracht hat. Also da sind wir noch nicht so weit. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ich habe noch eine Frage zum technischen Setup. Sie war ja da im Labor der TU Dresden. Wenn ich jetzt nicht direkt dort bin und das selber machen möchte, was brauche ich an Kameras für Eye-Tracking, was für Software wird genutzt? Also was ist die technische Voraussetzung? Genau, also wir haben den Eye-Tracker von Tobi genutzt. Also mit der dazugehörigen Software Studio, Tobi Studio, genau. Und ja, das ist eher mehr so die professionelle Version. Also es gibt natürlich auch so Eye-Tracker, die gerade für den Spielbetrieb oder so weiter, also für Computerspiele und so weiter gemacht sind. Aber also mit dieser professionellen Version hat man eben auch sozusagen dieses Software-Paket dabei. Aber da kann Christine Henson noch ein bisschen genauer sagen, wie verantwortlich für die Technik ist. Genau, ich kann versuchen ein bisschen zu ergänzen. Dieses Tobi-Gerät zählt zur Experten-Hardware und ist relativ teuer. Momentan gibt es viele Laptops im Spielebereich, die sowas schon integriert haben. Wenn Sie also ein kleineres Budget haben, entweder auf solche Laptops, die das schon on board haben, hat den Vorteil, dass der Nutzer auch gar nicht beeinflusst wird, weil das so ganz unscheinbar integriert ist. Oder der preiswerteste Tracker, der mir bekannt ist, heißt nicht umsonst 100-Dollar-Tracker, hat aber den Nachteil, insbesondere wenn wir so im Master-Arbeitsbereich denken, dass Sie ganz viel selber programmieren müssen. Also dann muss die Auswertung komplett selber programmiert werden, weil da dann einfach Datenströme rauskommen und man sich Frameworks bedienen muss, die dann letztendlich ein schickes Diagramm erzeugen. Das kommt hier schon dann mit der Experten-Software eben mit, die man leider teuer bezahlen muss. Weitere Fragen? Dann hätte ich nochmal eine. Gab es denn, also meine Erfahrung ist auch, diese Kategorisierung ist immer schwierig, weil da ist auch so ein Bias drin, nämlich der, der kategorisiert, der denkt, ja, das gehört in die Kategorie und andere Leute denken ganz anders. Gab es da eine Überlegung, vielleicht die Kategorisierung ganz aufzugeben, beziehungsweise Ideen, was man stattdessen machen könnte? Es ist halt sehr schwierig. Wir haben insgesamt jetzt 80 Indikatoren, die irgendwo kategorisiert werden müssen. Also ein paar ähnliche Indikatoren waren in unterschiedlichen Kategorien verortet, was wiederum wirklich zur Verwirrung des Nutzers geführt hat. Und da ist man jetzt schon so ein bisschen dabei, das so ein bisschen aufzulösen, zu gucken, dass es wirklich sinnvoll in Kategorien eingeordnet ist, mal auch einen Indikator wegzulassen, wenn ein anderer Indikator ähnliche Aussagen trifft und die Unterscheidung einfach dem Laien letztendlich nicht gelassen werden soll, weil er das einfach nicht schafft, das zu unterscheiden. Welchen Indikator muss ich jetzt nehmen? Genau, sondern, ja, also es wird halt versucht so ein bisschen, aber so das hundertprozentige Patentrezept haben wir noch nicht gefunden. Aber man ist dabei, so ein bisschen abzuspecken und so ein bisschen neu zu sortieren. Schade, wir hatten dieselbe Situation und es war, wir sind dann dazu übergegangen, alles einfach nur alphabetisch zu sortieren, ohne Kategorien. Hat jetzt die Folge, dass wir jetzt dann 40 Layer in einer Liste haben, das ist auch wieder ein bisschen unübersichtlich. Also wenn jemand da eine Idee hat, wäre ich auch offen dafür.